Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer Runde Mario Kart 8 Deluxe. Heute mit am Start der Dalu, der Baloui, die Miri und der Items. Hoi, mirio. Ich bin Baloui. Mirio. So, habt ihr Bock? Immer. Ich hoffe, dass mittlerweile endlich die Gruppe Willis rausgefetzt sind. Ich möchte nicht mehr, dass Katze mitspielt. Sagt der, der die meisten davon bekommt. Das ist einfach nicht fair. Bei Mario Kart habe ich jetzt auch noch nicht so oft nach Fairness gesucht. In den Wellen. Unter dem Meer. Ich mache jetzt einfach Urlaub. Ich bleibe einfach hier stehen und genieße das Meer und den Strand. Aber ertrinkst du dann nicht unter Wasser? Nein, das ist okay für mich. Besser als wieder von dir in letzter Sekunde mit dem Kugelbild überholt zu werden. Aus dem Spiel gesnipet zu werden. Oder das. Wer hat denn jetzt schon Items? Da waren Items-Boxen, weil du sie nicht gesehen hast. Ja. Geht hart. Waren die da echt? Ja, fahr nochmal zurück. Guck nochmal nach. Ja. Das ist ja gleich nochmal. Ich hab einen Bummerang. Oh, wer ist so gemein? Echt? Willst du so einen Bummerang haben? Keiner meine Bombe gefahren ist. Wer ist so gemein? Wer ist so gemein? Ja, ich. Wer ist so gemein? Unter Wasser eine Bombe. Das macht nicht mal Sinn. Hallo. Ich finde, das sollte man rauspatchen. Da kommt erstmal wieder ein Kugelbild. Ist das Katze? Katze wird mit Bummerangs. Ich warte noch hinten so. Okay, finde ich gut. Das hätte fast mich getroffen, der Bummerang. Das hat er auch absichtlich gemacht. Ich seh nicht hinter mir. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man zurückguckt. Ja, ja. Linken Stick, oder? Nee, ich weiß es nicht ausgesehen. Oh Gott, oh Gott. X drücken, Kina. X. Aber wenn ich nach hinten gucke, wenn ich nach vorne fahre, fahre ich ja in was rein. Das ist ja dumm. Das ist ein Schulterblick dann. Die Feuerblume hat mich komplett rausgenommen. Seitdem ich zu langsam war, habe ich diese Sprünge nicht mehr geschafft. Ich hatte in diesem ganzen Ding noch kein einziges Item, weil mir die immer geklaut wurden. Und das hat so lange gedauert, bis ich gelandet bin, dass ich als Zwölfter draufgelegt habe. Wer hat da schon wieder eine Bombe? Das war Katze, by the way. Aha. Alle drei da nicht. Alle drei grünen, die mich snipen. Oh, da raum ich zu rammen da. Ach, Alter. Ich muss ja auch nur geradeaus fahren. Ich kriege mir die ganzen roten hier vorne an. Ja, nicht geradeaus. Ich bin Zwölfter und bin glücklich dabei. Ja, wieder Banane geklaut worden. Viel Spaß damit. Als Zwölfter ist es so gechillt, man muss sich über keinen aufregen, der einen von hinten abschießt. Oh, warte mal, bis ich Erster bin. Ich gebe ja schon Gas, was reicht nicht. Der Kugelwilli hinter mir ist auch ein Gecapiter, ne? Wer nimmt denn schon Kugelwillis? Nur Loser. Eine ganz schreckliche Strecke, finde ich, für zwölf Leute. Nein, nein, nein. Eigentlich ist die schön. Wenn du im Pulk bist, du kriegst echt kein Einem ab. Die Strecke ist viel zu eng. Ich krieg noch einen blauen ab. Oh, warte mal, ich krieg einen blauen. Das war mein erster blauen und jetzt gibt's noch roten für mir. Ich bin doch reingekommen vor dem Roten. Ich bin neunter. Ich hab gerade noch gebissen. Du warst zweiter. Wie bin ich zweiter geworden? Wo ist Dalu? Mein roter wurde von jemand anderem gefangen. Der hatte Miri angepeilt. Dalu wurde von der Feuerblume von mir zerstört. Wie nah waren wir eigentlich alle zusammen? Ja, das war schon krass. Ich war einfach fünfter und dann plötzlich zweiter. Ich bin das gerade hart, dass der blaue mich zum ersten Mal in meinem Leben getargetet hat. Das war noch nie vorher der Fall. Ich war da so ein bisschen verwirrt. Was passiert da? Die Animation kenn ich gar nicht. Komisch. Hä, warum will der mich denn treffen? Was macht ein blauer Panzer? Ja, ich bin doch zweiter. Wie fangen die Fliegen nur vorbei? Ich dachte, hä, warum hab ich den nicht? War schön. War schön, ne? War ne schöne Runde. Ja. Das wird aufhören. Ich war ein zweiter. Genug aufgenommen. Nice. Ja, du. Ist das Ziel nicht erster zu werden? Nein. Das Ziel ist es, vor Katze zu sein. Bist du denn punktemäßig wieder vor Katze? Warte. Ja, Dick. Guck mal hier. Fast 40 Punkte. Du hast ja richtig wieder Punkte rausgeholt. Guck mal, der Abstand will werden größer. Sag nur an dem scheiß Wiggler. Ja, wenn Katze mich nicht aus dem Spiel raushaut. Wiggler ist nämlich gar nicht so gut wie Dalu immer. Sagt. Oha. Der Wiggler ist mit ab. Nein, da hatte sich das Getriebe schon kaputt gefahren mit dem Wiggler. Weißt du? Er ist einfach für so Walu da mal drauf, oder was? Ja, wahrscheinlich. Katze ist kein Millimeter dünner. Er fährt aber auch nicht den Wiggler. Ja, ich fahr den City-Schooler, ne? Also ein Roller ist für Leute mit unserem Gewicht viel besser. Hat auf jeden Fall guten Anpressdruck. Ja, definitiv. Das Ding hebt nicht ab. 100% Haft. Oh. Oh ja. Ich fang aber auch immer die grünen Fans. Das kann man nicht von jeder Creme behaupten. Guck mal, da ist der, der mit dem schrotten Wiggler fährt. Oh, eine Bombe. Können wir uns gegen den Cap verbünden? Weißt du, ich leg dich jetzt mal da hin. Das wird schon fassend. Keine Verbindung zwischen uns. Das ist ja das Problem. Blau. Janik. Ich bin nicht erster, ist gut. Ist Katze erster. Nein. Warte, bis Dane hat sie überholt, damit ich die Rote schießen kann. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich fühle mich gerade getargetet. Halt, stopp. Von wem? Halt. Ich wiederhole, halt, stopp. Don't do it. Es geht hier um Leben und Brot. Nach hinten. Okay, dann können wir jetzt mit dem Stern. Nee, 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 nee. Das ist nicht erlaubt. Das ist illegal. Du kannst wegsehen, Alter, mein Herr. Stern ist immer dann super, wenn ein Blitz kommt. Komm, Schatz. Aber Miri, ich finde das nicht so gut, dass du genau gleich schnell fährst. Piu. Oh, nee. Jetzt war ich auch nicht heiß hier gerade. Okay, und Piu. Nein, nein, nein. Und Piu. Nein, nein. Wir werden mit deinem Nomnom weg. Oh, nein. Ich hatte nichts mehr. War das Katze mit dem Kugel Willi. Ja, wieder mal. Ja, das war immer Katze mit dem Kugel Willi. Die werden rausgepatcht. Oh, wer klaut mir da jetzt mal eine Pirze? Nein, wer legt denn da eine Bombe hin? Was, der Rot hat die abkürzend genommen? Bomben und Flughafen, das ist keine gute Kombination. Ich will es nur gesagt haben. Ja, das spielt natürlich ein zweites oder so. Und Stemperlui auch. Jetzt war Katze mit dem Kugel Willi wieder. Ich wette, es war Katze. Es ist immer Katze mit Kugel Willi. Ich habe das Item nicht bekommen. Ich verkack jetzt dritte Runde. Ich habe kein Item bekommen. Ich habe kein Item bekommen. Da kommt der nicht so weg. Der Kugel Willi, das ist auch Katze. Oh, yeah. Ich bin so tot, oder? Katze ist der Kugel Willi. Ich war Lui. Nein, nein. Ich habe gesagt, wer den aufhören soll. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Miri, noch neun Punkte weg. Das ist ein ganzes. Kann ja nicht jeder nur mit Glück gewinnen. Ja, aber das reicht mir, wenn es oft genug eins ist. Ja, gut. Das ist das Skill habe ich in anderen Spielen. In Mario Kart brauche ich aber es nicht. Ja, ja. Dalu sagt nicht mal was. Ich finde das gut. Was der Mittelfeld, dann sagt er immer nichts. Es hat ein Kugierter gewesen. Nein, nein, nein. Es ist alles gut. Du wärst der Einzige, der so viele Spiele mit mir spielt, der das entkräften könnte. Deswegen, dadurch, dass du nichts gesagt hast. Ich habe mich auch gewundert, dass er nichts sagt. Ja, das ist aber, ja. Ich habe dir nichts zugehört. Ich habe dir nichts zu sagen, wollte er sagen. Ah, ja. Er wählt denn hier wieder keine Strecke aus? Tetsuya-Fahr. Was? Der neue Franzose, Tetsuya-Fahr? 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 Hä? Was ist das überhaupt für eine komische Lobby? Das könnte auch sein, dass der jemand anschreit. Tetsuya, fahr jetzt! So, genau, wie so ein Fahr-Doch. Ja, fahr, Mann. Ah, ja. Ihr seid gut im Französischen, oder habt ihr in der Schule gar nicht? Ja. Je m'appelle Pizza. Nee, nee, nee. Nur die Sprache kann ich nicht. Und der Grille fliegt. Mili hat freiwillig angefangen, Französisch zu sprechen. Was kannst du? Richard. Jawohl. Halt das als Maul. Halt die Presse? Das heißt Katze. Aber wenn du wütend genug sagst, dann bedeutet das alles. Der Schatt! Der Schatt! Komm wieder! Der grüne Schiegeister. Das rufen wir ab sofort immer bei Kugel-Willi, finde ich. Wo ist der Schweiger hin? Runtergefallen. Oh, Destiny, was geht? Hi. Ja, haben wir weggeschossen. Dalu, das ist die. Dalu. Oh, Mann. Wahnsinn! Wir brauchen nur gerade noch mal kurz. Warte. Ich hör nicht mal was. Ja, warte. Hier, die hörst du jetzt. Komm. Die ist über sechs Ecken. Oh Gott, die hätte mich fast getroffen. Das bin ich. Ich hab die Pflanze. Au! Der rote nach hinten von der Dame, die Rente bezieht. Oh nein, Dalu! Ah! 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 Hier, nimm den. Ah! Ah! Boa... Aber Yubara hat drei rote für dich! Äah! Jaaa, eine ist irgendwie nicht angekommen. Sie hat noch zwei fertig, sie schießt die irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum sie wartet, bis nogle안es endgäst. Hab' ich schon. Jetzt schieß' doch mal vor mir! Ääh, die will vielleicht lieber Zweiter werden! Emma? Ich kann nicht vorbeifahren! Jetzt, jetzt! Boah! Ääh! Lass dir sein! Herr rote Gemeinde! Sie ist mittlerweile als Foodt und hat nur noch die 3 roten. Jetzt. Die sind dir wichtig. Ich glaube, sobald ich die überhole, schießt sie die jetzt ab. Ja, vielleicht hasst sie dich auch einfach nur. Heißt du, Miri, ich habe was für dich. Warum ist der Shy Guy auf der Minimap eigentlich so groß? Nein, ich habe nichts Schlimmes getan. Das stimmt. Ich wäre jetzt ein Kugel, Willi. Shy Guy ist richtig auf der Minimap. Ich habe einen Stern. Ja! Ach nee, und ein Blitz war das. Yannick hatte auch noch einen Stern, oder? Ja. Ah, ich bin noch eine Stunde klein. Komm jetzt! Kugel, Willi, Kugel, Willi, Kugel... Hat nicht funktioniert. Ich glaube, nur einen Roten, der bringt halt nichts. Kugel, Willi, Kugel, Willi, Kugel, Willi. Oh, Katze, in letzter Sekunde schon wieder überholt bin, im unfairen Item. Das ist... Le Schad. Habe ich sie eingeholt? Le Schad. Ja, um einen Punkt. Ich habe sie um einen Punkt überholt. Dann werden wir noch ein paar rennen. Ja, schon klar. Am Ende bin ich sowieso wieder auf 900, aber das ist wenigstens ein Achievement. Fisch. De Cheap, Cheap Strand. Aber auch den Fisch genommen. Ein Fisch? Da sind zwei Fischis drauf. Mr. Miyagi fährt mit. Aus Deutschland. Meinst du auch den im Gelben? Ja. Ja, ich warte gerade, der sah so richtig super wellen aus, wo er hier drauf ist. Der Blick ist so, ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Der sieht eher so aus, wie ein Deutsch-Jaggen-Animes gucken. Warte, wächst das? Ja, der sieht schon aus, wie wächst irgendwo. Haben wir das Fischi bekommen? Wie heißt er? Ja. So ist er? Le Bill. Le Bill. Und Lulu. Das ist das in Französisch für die Abrechnung. Le Schad. Die Abrechnung heißt er, ja. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Französische Part ist da. Le Bill. Ja. Das ist gefährlich. Keine Witze, Mann. Wer kennt es nicht? Kill Bill ist auf dem Film, wie man Rechnungen bezahlt in Frankreich. Das ist bei der Steuerberechnung. Finanzamt. Bla, bla. Hat das ein gruseliges Wort? Was ist das? Oh, nein. Ja. Donkey hat mich nochmal richtig in die Wand gehauen. Und der Ihre klaut mir die Items. Der Ihre? Keine Ihre, diese Ihre. Das ist eine Kraft. Große Krabbe Pizza. Ist die Pizza für dich und mich. Ja, Baloui glaubt mir auch. Ich hab noch kein Item im gesamten Rennen. Heul doch leiser, Mann. Oh, Katze. Le Schad. Le Schad. Le Schad. Nach hinten damit. So, jetzt. Oh, noch mal. Oh, nein. Der Rote kriegt mich. Wir fänden hier vorher. Das ist ja ganz anders. Le Bill hat mich überholt. Ja, ich komm gleich wieder. Herr Blauli, hast du da drei Rote? Die sehen sehr gefährlich aus. Ja, würde schön. Dankeschön. Warum krieg ich eigentlich nur Schrott-Items immer, wenn ich hinten bin? Der ist doch Le Schott. Legit meint sie. Aua. Destiny. Nee, warte. Hey, war der Rote wirklich nötig? Der war nicht von mir. Achso, war der trotzdem nötig? Nee, das nicht. So. Oh nein. Nächste Runde erster. Das heißt, wir verlieren. Den jetzt schießt auf den roten ab. Ich hab Katze damit überfahren. In der zweiten Runde, Miri. Es ist mir egal. Wer hat eine Rote? Hallo, Miri. Ah! Und einen blauen. Nein! Jetzt hab ich den Tröten für den roten genommen. Fantastisch. Tschüss, Dalu. Ich sehe nicht. Der hätte wenigstens auch explodieren können. Nein, der will jetzt. Jetzt kann man. Ich hätte doch wegfahren können. Da kommt doch wieder so ein Lumpen, Louis, mit einem Stern. Das kann doch nur einem sein. Nee, das ist ein Franzose. Das ist der Pfarr. Le Chant. Le Bill. Nee, nicht Le Bill. Le Chant. Ich hab zwei Rote. Sehr gut. Nee, warte, geh weg, Dalu. Das war mein Rote, mir asozial. Ja, der Eck. Dann wirst du halt dritt... Nein! Die blaue noch. Die blaue noch. Äh, hast du mal noch vorgebracht? Nein! Nein! Der dritte war noch knapp gerade. Letzter. Ich hätte nicht, ob ich teesen sollen. Ich hätte den zweiten Platz nehmen sollen. Ich bin wieder vorne. Das ist doch ein Problem. Soll ich dann auch verloren? Ja, ich dachte, wenn ich zwei Rote habe, kann ich ruhig einen abschießen. Ich denke, ich dachte nicht, dass du auch zwei kriegst. Ja, Baloui, vielen Dank. Mach weiter. Gutes Lied, oder? Mach weiter. Sehr toll, Nian. Danke. Soll ich immer rausschneiden, leider. Könnte das bitte jemand diese Sounds nehmen und ab sofort alle immer mit Baloui-Sounds ersetzen? Das einfach lupen und als Hintergrundmusik für die Mario Kart-Folgen. Ja, doch. Jedes einzelne Lün ist ein andersgehäuse in Minecraft, sondern wir machen einem Ressource-Pack, worin irgendein Let's Play machen muss. Ja. Immer wenn er was abbaut. Ja, ne, 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 ne. Gumi. T-t-t-t-t. Hallo, diesmal lassen wir uns mal vom Schalker nicht die Show stehen. Moment, ist das... Oh, das ist so assig. Hast du das? Ja. Noch? Ist den ganzen Blick nach oben getragen worden. Ne, nach hinten wieder. Neu abgeschossen worden. Da hast du nicht getan. Was hab ich gemacht? Klatsch. Ey, hast du mir mein Item vor der Nase weggeklaut? Nein. Nie. Ne, nicht nie. Gib nachher, kannst du auf dem Sofa schlafen. Okay. Komm schon. Oh Gott. Ja, okay. Guckt euch das an, das wird nicht lange anhalten. Wir genießen die Eins, solange sie da ist. T-t-t-t. Feuer. Feurio. Oh, ja, genau. Mein ausgedachtes Wort. Ach, Mist. Das heißt Mirio eigentlich Mirio. Feurio hast du nicht ausgedacht, das gab's in Pokémon Diamond und Pearl. Das sind gar nicht. Die Feuriohütte. Kannst du den auf Dalu schießen? Ich hab da so eine Bananenwand selbst. Er ist rechts auf der Seite. Oh, er ist aber getroffen worden. Oh nein, was hat mich überhaupt getroffen? Oh, warte, das ist Miri. Miri, für dich. Nein, 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 danke. Der Rote, komm. Oh, ich hab Käff gefressen. Let's go. Der ist kein Roter. Dann ist er nie angekommen. Hätte ich nicht die Hälfte nehmen sollen. Ich hab ihn vermisst. Aber ich hab noch eine Pflanze. Hier, Miri. Oh, das war so knapp. Oh, jetzt in der Luft noch ein Napfen. Hier, ein Napfen. Nein, lass, komm. Will ich schneller nach oben oder nicht? Nee, die Flugpassage ist immer gleich schnell. Er hat aber mich überholt. Da kommt ein Kugel-Willi hoch. Ob mich fährt der nicht hin. Kannst halt jetzt eh ein Kugel-Willi. Nee, nee, ich hab eine Bombe. Es ist halt so krass, ich bin selber gerade neun und hab trotzdem noch einen Kugel-Willi, seit wir aufnehmen. Oh, genau nach dem Item. Ja, Baloui hat einen Kugel-Willi und einen Stern. Ist klar, Baloui. Das musst du mal reden, oder? Ich krieg einen Pils als Neunter. Baloui fährt da auf zwei damit. Nein, welcher Asoziale. Nein, fah. Ja, ich bin letzter. Mit Pilz und Stern. Im Ziel fährt er sogar gerade vor mir frech. Baloui, unglaublich. Miri, du bist den Punkten wieder vor Katze. Ja, hab ich schon letztes Mal gesagt. Ja gut, ist egal. Ja, bis. Ich wollte ja auch was sagen, bis. Letzte Runde, oder wie sieht's aus? Zufall jetzt. Das waren nur die coolen. Was hättest du früher sagen müssen? Nur die Hutten kommen in den Garten. Ich hab Zufall genommen. Ja, die nicht coolen nicht. Havarius Goldmine. Action jetzt hier. Das hat gefehlt. Danke. Ja, Entschuldigung. Ich hab mir so lange Zeit lassen. Und sogar meine. My Doom. Ich muss Kung-Fu fallen. Blum, 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 blum. Dankeschön. Ja, da. Bap, bap. Bap, bap. Pup, pup. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt steht Blauli auf der Liste. Warum? Das war mein Item, Dalu. Das ist nicht nett. Kannst du wiedergeben. Da stand Miri. Ja, ich möchte das zurück. Ja. Okay, hier. Danke. Ging aber leider daneben. Oh, daneben. Du musst es auch fangen. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Wie kannst du denn erwarten, dass sie es fängt? Das hat sie schon beim ersten Mal schon nicht geschafft. Ja, eben. Ich hab's ja schon beim ersten Mal nicht gekriegt. Der neue Lobby ist krass. Der ist erster. Hier, blau. Für dich. Oh, Kevin. Hast es gefangen. Das ist krass. Hier, für dich. Oblau. Ah, nein. Hast du verteilt schon wieder Mist. Den keiner haben möchte. Oh, Miri hat einen Boomerang bekommen. Oh, fehl's. Und der Bowser ist ein richtiger Doofkopf, der den nach hinten haut. Das mach ich zwar auch regelmäßig. Aber egal. Ich flame ihn trotzdem. Das war Bill, Miri. Ich hab's gesehen. Soll ich ihn töten für dich? Ja, töte ihn. Direkt töten. Ey, ich wurde von einem Stern angefahren. Erstmal, Baloui. Abschieße zum Unterkopf. Das innere Gleichgewicht. Baloui ist mein Ventil. Oh, Miri, willst du direkt vor mir stehen, wenn ich ein Item bekommen habe? Das war Panik. Oh Gott, nein. Kevin, willst du den Nächsten haben hier? Kevin, guck mal hier. Für dich. Oh, ich hab den falschen. Uh. Wie den falschen. Den falschen, du cool. Magen. Da bist du mir gerade in den grünen gefahren. Was ist passiert? Mein roter ist einfach in der Luft explodiert. Ich hab deinen grünen. Wie kann das sein? Dein grüner hat gerade deinen roten gesnipht. Was? Aber ich hab den grünen gar nicht gesehen. Jetzt hat Dalu mir meine eigene Medizin gegeben und mich mit dem Stern geracht. Ich musste sogar bremsen, um nicht zu... Da ist ein Statement. Das ist ein Statement. Das ist nicht so, als ob der noch einen roten hat. Für Katze. Nur für Katze. So, jetzt noch ein Kugel-Willi auf die letzten Meter. Oh, es ist wirklich ein Kugel-Willi. Es ist nicht wirklich ein Kugel-Willi. Das ist nicht fair. Jetzt überholt der mich schon wieder. Mit den Punkten. Kugel-Willi. Kugel-Willi. Ja. Ich hab sie noch überhoben. Aber den Gesamtpunkt liegt sie ja noch vorne. Wo ist denn Dalu? Können wir bitte gehen und Katze hauen? Dalu hat den Controller weggelegt und aufgegeben, glaube ich. Ich möchte bitte Katze hauen gehen. Ich möchte, dass wir jetzt losfahren. Wenn wir jetzt fahren, sind wir in fünf Stunden da. Und dann können wir ihn überfallen. Du kannst sofort losfahren, denn das war's mit Mario Kart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Däumchen da oben da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.